Seilschonende Einrolldrehmatikspulung, Hydraulischkipp und neigbares Stützschild. Perfekter Halt bei bis 160 Tonnen Zugkraft. Flexibel schwenkbarer Seilwindenaufbau. Frank Föckersperger Seilwindentruck F780 Mit seinem Schwenk- und kippbarem Abstützschild erledigt der F780 Seilwinden und Zugarbeiten in nahezu jedem Gelände. Der bis ins Detail durchdachte und ausgereifte Seilwindentruck F780 basiert auf unserer 40-jährigen Erfahrung im Maschinenbau und tausenden Praxiseinsätzen. Durch die perfekte Steuerbarkeit des Aufbaus und des Stützschildes ist der F780 wie verankert und hebt nie ab. Somit kann immer die volle Zugleistung abgerufen werden. Unsere zwei Fahrzeugkomponenten, der Seilwindentruck und der Rohr- und Kabelpflug, stehen für effizientes und wirtschaftliches Arbeiten in der Leitungsverlegung. Der Seilwindentruck mit Kipp und neigbarem Abstützschild verankert sich fest im Boden. Dabei ist durch die Konstruktion des schwenkbaren Windenaufbaus perfekter Halt auch im Böschungs- und Hangbereich gewährleistet. Hat der Rohr- und Kabelpflug den Ausgangspunkt des Seilwindentrucks erreicht, wird das Abstützschild schonend hydraulisch aus der Verankerung gelöst und der Seilwindentruck wird zum nächsten Ausgangspunkt gesteuert. Der Prozess beginnt von Neuem, schnell, umwelt- und maschinenschonend. Schwerste Zugarbeiten bei sehr feinfühliger Ansteuerung der Hydraulik sind nahezu überall möglich. Eines der Highlights des F87 ist der kompakte Maschinenaufbau und der schwenkbare Windenaufbau. Die hydrostatisch angetriebene Seilwinde ist bis ins Detail auf den Windenaufbau und das Trägerfahrzeug abgestimmt und integriert. Die ausgefeilte und patentierte Konstruktion gewährleistet perfekte Standfestigkeit mit Zugkraft bis zu 160 Tonnen. Optimale Gewichtsverteilung. Keine störenden Überhänge vorne sowie hinten bieten optimale Übersicht und Geländegängigkeit. Das Abstützschild lässt sich in fast jeder Position im jeweiligen Einsatzort beliebig kippen und neigen. Mit der integrierten Reifendruckregelanlage nähert sich der F87 durch die Bodendruckverringerung und der Steigerung des Zugkraftvermögens einem Gummiraupenfahrzeug. Die neuartige Einrollendrehmatikspulung gewährleistet minimalen Seilverschleiß und die ideale Seilausrichtung während des Zugprozesses. Die flexible und schnelle Durchführung von Baustellen an verschiedenen Einsatzorten zeichnen das F87-Seilwindenfahrzeug aus. Unser Seilwinden-Truck F87 meistert jeden Kraftakt und jede Herausforderung. Profitieren Sie von uns und unserem leistungsstarken Verlegesystem. Maschinen aus der Praxis für die Praxis Entwicklung, Fertigung und Verkauf Frank Vöckersperger Rohr- und Kabelpflugsysteme Aurachtal www.f87.de www.f87.de